Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Dieses Wort aus Psalm 37 erfahre ich gerade besonders intensiv hier im Kloster auf der Insel Frauenchiemsee. Einmal im Jahr gehe ich mit meinen Mitarbeitenden im Bischofsbüro hierher auf Klausur. Neben dem inhaltlichen Austausch und dem Teambuilding spielt die geistliche Meditation eine zentrale Rolle. Autos gibt es hier nicht auf der Insel. Besonders abends, wenn das touristische Leben zur Ruhe gekommen ist, wird es hier ganz still. Dann kann man diesen Satz aus Psalm 37 ganz besonders intensiv erfahren. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wenn es wirklich still wird, so geht es mir jedenfalls, merke ich erst richtig, von wieviel Impulsen ich den ganzen Tag umgeben bin und wie gut es tut, einfach in mich reinzuhören, ohne die vielen anderen Stimmen, die von außen kommen. Und auf Gott zu warten. Gott erfahren. Gott spüren. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Man muss nicht auf eine Insel fahren, um diesen Rat des Psalms zu folgen. Wenn wir keinen komplett stillen Ort finden, können wir eine Kerze anzünden und auf das Licht schauen, uns auf das Licht der Kerze konzentrieren und all das, was sonst auf uns einströmt, in den Hintergrund schieben. Und warten, was passiert. Oder wir können einen Ort in der Natur finden, wie dieses wunderbare Panorama hinter mir. Oder auch nur einen besonders schönen alten Baum. Und einfach darauf schauen und staunen, wie wunderbar Gott diese Welt geschaffen hat. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es tut gut, auf diesen Rat zu hören. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag. Geht g議 stark. vita